Moin Leute, ich bin Gaming Quartier und Willkommen auf meinem Kanal! Ah, da war ne Kat aus Level 2, der hab ich mir geholfen. Nein! Oha, Jo! Halbes Herz. Ich bau ihn ein, bau ihn ein, bau ihn ein! Bau ihn ein, bau ihn ein! Hab ihn gefangen! Nein! So lame! Ich spring auf ihn und er setzt sich ins Kopf. So ne scheiß Müske wurde! Ich wurde gefangen! Ich wurde gefangen! Hahaha! Nein! Warum?! Ich schwimme die Wand! Die Runde ist eigentlich nervig, aber irgendwie mach... Aaaaaaaaaaaaaaahhh!!! Macht sich Spaß! Oh, mein Hals ist gelös. Ich hab gelieft, euch chill! Ok 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 ok, ich hab gelieft! damit es ist ja 50 Prozent bei der Koa 60 50 ja 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 80 90 JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA wenn euch das ganze bis hier her gefallen hat dann lass doch gerne ein Abo da wenn wir nun einmal den Hebel drücken und ihn sofort wieder abbauen passiert nichts Jams war kackt. Nein, doch! Zeitüberschreitung! Es ist schon ein bisschen lächerlich, dass ihr immer timezufällig werdet, wenn wir an eurem Korb und ich.